So, willkommen zurück zu Lego Vault. Meine ganzen Savegames sind weg bei Pokémon Hentai, total scheiße. Wieder Registrierung bearbeitet und dann wieder gecleanet und jetzt ist es wieder mal weg. Dann muss ich sagen, ich muss wieder von vorne, aber das spiele ich kurz an und dann... Hallo, jetzt geht das hier gar nicht mehr. So, wollen wir mal anfangen. Ja, wir nehmen eine andere Welt und zwar... Was ist das denn hier? Random bitte einmal. Verdammte Kiste, meine Savegames sind alle weg, ey. Ich kriege die Tür nicht zu. Diese Welt will ich nicht haben. Ja, die nämlich. Aber die sieht auch komisch aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß noch nicht, woran das liegt. Verdammt, ey. Ich war so weit. Jetzt kann ich wieder von vorne anfangen. Das ist doch Pisse. Achtung, wir fallen runter. Einmal nach links gucken. Koordinaten sind nämlich falsch. Shit, ey. Ach, wir sind schon unten. Na gut, dann würde ich sagen... Warte mal. Eine Blume. Hier. Habe ich noch die... Den Bogen haben wir sogar auch noch mitgenommen. Ist doch geil, oder? Jaha. Ist gar nicht so ein bisschen erkältet, deswegen das nervt ein bisschen. Ne, du musst schon den Bogen annehmen. Und jetzt schießt mal dagegen. Ah, guck mal, der verschwindet. Weg ist er. Es war gekorned. Aber ich kann nicht nach oben so. Schieß hoch, los. Schieß das Ding kaputt. Ich brauche hier eine Harpune, eine Pistole. Das ist ein Skelett. Warte, warte. Knall ab, das Ding. Oh. Wollte ich... Ich wollte eigentlich hier Pokémon weiter, let's planen. Ich meine, es ist halt... Es ist ja eh überall auf jeder Plattform schon. Ähm. Ja. Und dann habe ich geguckt auf Hammer. No, save it. Scheiße. Hör mal, was ist das für ein scheiß Geräusch? Ich will nochmal fliechen. Ähm, und zwar gehe ich dann auf... Warte, ich will nicht mehr auswählen. Ne, so will ich das nicht haben. Ich will selber das Skelett nehmen. Kreaturen. Kreaturen. Hier, Autos. Für Hichele. Ein Bike. Ne, die sind aber langsam, die will ich haben. Was haben wir denn noch? Wir haben... Oh, wir können uns was bauen. Und zwar ein altes Koffi. Äh. Oh. 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 Dann würde ich sagen... Das ist... Dann würde ich das... Alter, das ist ja wie bei Gary's Mord. Alter, guckt euch das mal an, Alter, was er hier macht. Der Typ weiß, was er tut. So, hier können wir noch drehen, aber... Er muss das Haus jetzt mal fertig machen. Das ist... Weißt du, woran mich das ein bisschen erinnert? Weil früher war der Admin immer so... Der flog immer so... Alter, zeig mal das Kaffee. Ich will mal... Ich nehm mal den Bogen da weg. Er kann aber nichts machen. Moment, Moment. Moment. Was kann ich denn... Alter, guckt euch das mal an, was man hier machen kann in diesem Game. Nein, mein Haus! Oh, shit! Ah, hier. Oh. Jetzt bin ich aber auf die... Äh. Jetzt sind wir gerade ein bisschen hingefallen. Mein Haus! Och, so ein Scheiß! Warte. Nein! Nicht dagegen hauen! Rechte. Ja, aber ich... Lass dich fallen. Eh, eh, eh! Ich möchte spielen. Gut. Dann... Was hat der denn jetzt gemacht? Ne, das Geld drauf! Ja, danke. Sanza? Warte, gib mir das hier. Oder mit dem Feuer vielleicht. Ne, da brauchen wir die Pistole für. Das ist ein bisschen blöd. Das geht. Das ist, weil es mein Haus ist. Ich kann mein Haus nicht kaputt machen, außer... Warte mal. Kann man hier auch sleepen? Guck mal, jetzt gruselig ein bisschen. Oh! Scheiße! Jump rüber! Jump rüber! Ne, mach keinen Scheiß. Oh! Ein bisschen schwer von der... Hallo, lass dich runterfallen. Oh, oh, oh. Ich wusste nicht, dass man in diesem Spiel so viel machen kann. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel ist Wahnsinn, aber ich muss das einmal umstellen. Das geht nicht. Wo ist hier der Controller? Ich muss nämlich gucken, wie ich hier... Traffing. Ist das jetzt besser? Also ich merke keinen Unterschied. Wieso bin ich tut, das Skelett? Ich will den Opa haben, der ist cool. Der Grandma ist very... Gut, wo können wir denn... Oh, ist schon dunkel, oder? Ich möchte gerne die, die hier... Die Persons haben, dass ich die Waffe habe. Also die Shooter. Guck mal, ich kann sogar... Oh, mein Haus. Mein Café. Guck mal, da habe ich schon alles abgerissen. Komm, ich habe sonst was da raus? Pass mal auf, ich werde das jetzt anders machen. Ich werde das jetzt... Ich will jetzt erst mal was anderes machen. Rich. Was kann ich denn da? Nee, komm, ich habe... Nee, ich mache das ganze Ding kaputt. Alter, das ist ein Game. Hallo, wo ist mein Haus? Äh, 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 äh. Hilfe! Ah, oh Gott. Warte, mein Haus. Mein Haus! Schnell! Boah, ist das ein Wind hier oben, so. Glaubt mir keiner. Achtung! Oh, wieder fliegen wir, kurz ins Wasser. Mach das mal hier weg. Scheiße, jetzt habe ich mein Haus kaputt gemacht. Kann man auch duschen? Hier war die Toilette, die habe ich leider gelöscht. Das tut mir wirklich ein bisschen... Kann man das nicht einräumen, das Haus, und wieder mitnehmen? Skeletten! Wo sind die Skelette? Okay, da unten ist eine Wasserwelt, habe ich gerade gesehen. Oh! Dann werde ich das mal so machen, und zwar... Boah, das ist aber ein bisschen gruselig jetzt hier. Warte, 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 warte. Hä? Hä? Was ist denn hier nu? Also, ich verstehe das jetzt nicht. Okay. Okay. Nein, es kommt ein Skelett. Oh, den Bogen raus. Oh, komm, streng dich an. Geh auf den Baum, los. Ich komme hoch mit dir. Aber, nee, ich schaffe das irgendwie nicht so. Es ist ein bisschen... Oh, was war das denn jetzt? Hilfe! Nee! Nee, Stück fest! Was soll man machen, wenn man feststückt? Dann drückt man hier oben und macht einfach so, und dann fällst du... Da war eine Truhe! Scheiße, kann ich von oben hier schießen? Pass auf, pass auf! Ja! So, da ist ein Skelett. Das Skelett versuchen wir jetzt mal abzuschießen. Aua! Hey! Nee, bleibst du mal feststehen! Nee, bleib... Geh weg! Bogen, Bogen, Bogen! Bleib ab, das Ding! Also, das Spiel ist auch schwer von der Steuerung, ganz ehrlich. Also, das ist... Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel von der Steuerung ist ein bisschen anstrengend. Ey, komm, Mann, lass das Pferde ruhig! Oh, ich treffe nicht! Komm mal weg da! Muss ich so schießen? Also, treffen tue ich den gar nicht. Oh, fast! Ah, wieder fast! Ja! Ist also abgesoffelt! Okay! 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 Alter, was können wir uns denn alles bauen hier, bitte? Ne Castle! Wir müssen noch mehr finden, noch mehr Blueprints! Ist das nix? Kreaturen! Nein! Doch, pass mal auf! Wir gehen das jetzt mal mit dir mit! Und zwar... Moment mal! Oh, scheiße! Ich glaube, das wird höher jetzt, oder? Mach mal kurz weg! Ich kann nichts sehen! Da muss ich runter! Alles klar, dann müssen wir das irgendwie wieder runterkriegen! Ähm... Oh, ich kann auch so runter! Achtung! Oh! Oh, sche... Oh, da ist ein Tempel, da müssen wir runter! Come on! Ja, Leute, ich nehm das nur auf, weil... Wie gesagt, Pokémon is... Is Save Games deleted! Weil ich die... Weil ich hier... Wie heißt das? Programm durchlaufen lassen habe und das hat wahrscheinlich die... Registrierung da auch mitgenossen! Bisschen schade, aber hey! Besser als wenn das die ganze Zeit... Hier war ich doch schon, oder? Nämlich mit der Frau, mit der Oma! Halt dich fest, Opa! Und was hat er? Er hat ein... Ein Laserschwert! Ne, ein Teleskop! Oh, 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 was ist der Trug? Ah, ich krieg den nicht auf! Schneide hoch! Der Typ weiß nicht mehr, was er machen soll! Hoch! Nicht runter! Oh! Schneide auf die... Auf die Wolke! Ja! Ah, ja, das war aber knapp diesmal! Ja, ich bin der alte Opa! Das kann man eigentlich oben mit In the Sky machen! Characters, Kreaturen So Nein, jetzt ist der Runde... Du fließt ja wohl nie runter hier! Hier kann man sich ein eigenes Haus bauen Ah, guck mal hier Ähm... Scheiße! Guck mal, da unten da ist der Tempel Das ist eine Hühle! Lass mal in die Hühle ganz kurz! Achtung! Warte, warte, runter! Oh, runter! Runter mit uns! Das ist doch eine Wasserhühle! Erzähl mir nix! Moment, wo bin ich? Erzähl mich nicht mehr! Ach, das ist das Pferd, was da oben war, ne? Ah, hallo! Da ist die Trübe! Ah, laufe ich da mal eben runter! Ei, 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 du! Aber sein ist irgendwie hier gar nix! Naja, so, wir sehen uns bei einem anderen Video wieder! Ich muss erstmal jetzt hier ein bisschen arbeiten! Und erstmal... Tschüss! Das ist ja, wir sehen uns bei einem anderen Video wieder aufget's! Dann können wir uns mal jemanden axis number, genau das, was dot berührt zu. Vielleicht 어쨌든 sagt uns... went planets!